Seite sehr stark beschädigt. Schauen wir einfach mal. Edward Sandstrom wird weit rausgetragen, will dann wieder zurückkommen und da ist aber der Bentley, da gab es dann eine Berührung. Ich glaube auch der Bentley driftet. Ja, was will man da sagen? Rennunfall, Fragezeichen, lassen wir es einfach mal so stehen. Da war auf jeden Fall auf der Innenbahn der Bentley und klar, freiwillig vom Gas geht da natürlich keiner. Nein, definitiv nicht. Hier sehen wir es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Nee, das ist schon die Endphase. Also ich habe das Gefühl, als wenn der Bentley auch so ein kleines bisschen im Drift war. Meine Herren. Ich meine, aus der anderen Bildperspektive konnte man sehen, es sind noch ein paar Meter dazwischen. Aber das war schon, da können wir jetzt noch drei Kreuze machen. Hier haben wir es nochmal. Ja, vielleicht sogar ein bisschen Glück für den Streckenposten, dass da in dem Moment, wo das Auto eingeschlagen ist, glaube ich, noch so ein ganz klein bisschen von diesem Fiat.